Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 days to die. So. Alles voll mit Cola. Blei. Unser Nitrat war leider viel weiter weg. Here. Inna. und und der kaffee bringt eigentlich gar nichts was soll das ob wir haben 900 Mhm. Gut. Steine dahinten? Warte mal, kommt das einmal weg? So, Ich dürfte nur maler Steine sein, ja. Dieses. Oh? Oh. Mal reparieren bitte. Ja gut. Jetzt haben wir. Damit sollten wir schon ein bisschen Schwarzpulver hinkriegen. Ja gut. Gibt es? Das sollte reichen. Dann können wir mal ein bisschen Schießpulver anschmeißen. Und dann gehen wir Eisern suchen. Nein, der Weg ist nicht lang. Nein, überhaupt nicht. Das ist auch cooler. So. Was wird damit? Da haben wir... Dann rausgekriegen. Den können wir auch. Nimm. Ja gut. Ja gut. Ja gut. so so, ich gebe mir die Cola, ich gebe mir die Cola, oh, es sind sogar über 6000, okay, so, das gibst du mir, Wollt's, warte mal, machen wir es mal so, Schießpulver, so, ich brauche es, 57 Minuten, so, gut, dann haben wir, ja, ein bisschen davon, ein bisschen davon, und uns fehlen am 1.7.62er, geht sich nicht viel aus, aber was sich ausgeht, mach mal, so, haben wir alles, was war, schmeiß mir doch bitte noch ein bisschen Beton an, danke, so, Tement, Eisen, Messing haben wir 5.500 hier, da, das restliche Eisen, und noch ein Schmelz, mich hat was damit, 3.000, schadet nicht, ja, und noch ein Schmelz, und noch ein Schmelz, alles, haben wir das damit schnell und so, oder so, Ja. Na komm. Die ist wieder in dem Eck, ich höre das genau. Okay. Ähm, habe ich Erde zufällig da? Ne, die sind oben. Okay. Die Draht ist aber jetzt nicht dein Ernst hier. Oh, das ist ja ganz. Das war's. Oh man. Okay. 4.800 Eisen. Oh man. Oh man. Oh man. Ich will das nicht mehr sehen. Ist das schon wieder normal? Okay. Okay. So. Okay. 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 Gut, das war nur eins. Aha. So. Oh man. Ich hab da genau in der Eisenmine runter gebohrt. So. Schauen wir mal unten. Da. Da. Wie viel haben wir jetzt? Oh. Über 6000. Gut. Dann bringen wir das hoch. Fertig. So. Ein bisschen Stahl wäre auch nett. Und wenn man nicht, wenn man noch kann. Ja. Wenn wir jetzt hier haben. Hammer wirklich noch können. Okay. Okay. Dann werden wir das hoch. die ja, wir kriegen wieder da hin. 30. So, komm hier mal. Mist, ich hab das Holz jetzt wegkriegt. Okay. Rezept. Gefert. Machen wir doch bitte ein paar Steaks mit Kartoffeln. Habe ich jetzt vergessen. Hochgrill auch weiterlich. Oder Wildbröt. Pilze und der Weiß und Wasser. Machen wir ein paar Steaks mit Kartoffeln. Danke. Und danach magst du bitte ein bisschen Tee. Danke. Also ich möchte, was noch Tier findet. Fleisch. Bäm. Und das braucht jetzt eine ganze Weile. So. Ich könnte mir jetzt noch das so mitnehmen. Dann weißt du was. Ich nehme mir halt das mit dem hier. So. Da ist das okay. Bauteile. Da rein. Und dann fahren wir jetzt zumindest noch kurz zur Quest. Mal schauen, ob es sich rausgeht. Mal schauen, ob es sich rausgeht. Das heißt, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bleibt jetzt mal irgendwo stehen, damit ich ohne Probleme Pause machen kann. So. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jaz? Wiederkritze.